Was Sie sich erwarten vom heutigen Abend? Ein schöner Ball wie immer. Und wird es heuer wieder so, nachdem die Rechte dieses Jahr ja nicht so viel Glück hatten, oder denen es nicht so gut ging, was passiert heuer? Wie wird es anders vielleicht? Ein Ball wird es schöner immer sein.